Okay, dann würde ich sagen, es geht weiter mit Catherine. Ich habe euch lange genug warten lassen aus Versehen. Ich dachte, ich hätte noch mehr Folgen auf YouTube über, aber das war irgendwie nicht so ganz richtig. Das heißt, wir machen jetzt mit der nächsten Nacht weiter, weil ich hier aufgehört habe. Das heißt, wir labern eine Runde mit allen in dieser Bar. Los geht's. So Erika, and Erika alone. No one asked. So I guess they're taking applications from the general public for these space tours? Oh, 50,000. That's way too much. With my paycheck, I can't even afford a down payment. And boy, do I have a deal for you. I'd rather put all of my savings into lottery tickets than invest in one of your crazy schemes. I think Rin could hit it big if she just sucked a little less. Now, I got to admit, her style is kind of growing on me. Kann er nicht einfach rinddissen? Ich glaube, es geht los. So, von Catherine mit Q auch noch. Ich weiß, dass sie mir in ein Foto anhängt. Und ich durfte Erikas Kostüm vor der Arbeit anprobieren. Wie sehe ich aus? Ich warte heute Abend wieder auf dich. Schönen Tag. Oha. Oha. Das, das, oh, das ist cute. Oh, warte, ich muss antworten, ne? Hm. Steht dir wirklich gut. Was solltest du ab jetzt immer tragen? Hm, du bekämpfst bestimmt mehr Kunden. Oh, wir sind einfach voll cute zu ihr. Meld dich, wenn du Probleme hast. Yes. Ach, wir sind so, die sind schon ziemlich lieb zu ihr. Stufe 3 abgeschlossen, finde ich sehr gut. Okay, was geht bei dir? Es ist verrückt, zu denken, dass der Liebe in deinem Leben dich überlassen kann, wenn du nicht auf dem richtigen Zeitpunkt in dem Platz hast. Ich meine, wenn du nie in die Reunion ging, dann hätte Hugh und Catherine niemals zusammengekommen. Leben ist alles um Zeitung, hm? Ah, planning out your life ahead of time's a waste of effort. None of us have the future we thought we would when we were kids. All we can do is move along. Oh, Vincent's stealing your line, Reverend Johnny. Hey, I'm just a stray sheep in the field of life, too, you know. Now that's Vincent. Cheating twice? He's really gone astray. I never thought you'd be one to cheat in the first place. I can't believe it myself either. Still, you're a better man than me. Johnny? Better, or just more appealing to be around. Because he's less of an asshole than you. What? I am not. Ah, so, uh, you're a bigger asshole. Uh, my phone. Hello? Shit, her. What do you mean, oh, shit? Oh, yeah. Were you at the cafe near your place around lunchtime? Uh. No, I wasn't. I couldn't have been there. You must have seen someone else. Haha, 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 haha. Really? I thought I saw someone, who looked like you from the back. Huh? I swear, I don't know what you're talking about. Oh, is there a cafe by my place? There are plenty of cafes everywhere. Oh, shoot, it's burning. I'll see you later. Later? Wait, the hell? I'll see you later. Leute sind frei zu haben, was sie wollen, aber du bist mit Catherine so lange, dass es wahrscheinlich Zeit ist. Herzlichen Glückwunsch auf ein Kind. Wir machen etwas, um zu feiern. Es ist noch nicht sicher. Sie sagte, dass sie nicht sagen würde, wenn sie wirklich sicher wäre. Sie werden die richtige Sache machen, richtig? Hold on, Johnny. Was bist du überrascht? Heck, ich will bald heiraten. Willst du mit meinen Eltern und fragen, wie sie sich heiraten? Geh nach Hause und trinken etwas Schokolade, Junge. Komm schon, warum musst du da gehen? Wow, Milch geht mit allem. Ich nehme es zurück, Tobey, mein Junge. Ich bin ein Mann, komm schon. Ich werde sehen, ob die Bühne ist open. Der Chef spricht nicht über seine Freundin, hat er? Er hat gesagt, dass er nicht um ihn zu verraten hat, oder? Er ist so perfekt an seinem Job. Ich dachte nur, dass er das gleiche ist. In der Schule? Er hat keine Mädchen verraten, die er nicht komplett verraten hat. Alle Mädchen sagten, dass er einfach zu... defensiv war. Sag ihn über das, Tobey. Komm schon, das ist nicht fair. Okay, dann haben wir hier alle durch. Checken wir mal die beiden. Die sind, glaube ich, auch noch wichtig für die Story irgendwie. Sie wollen mit Lindsay sprechen sprechen? Sie wollen mit Martha sprechen sprechen? Wenn du viele Sachen machen kannst, sie schreiben sie auf ein Stück von Papier? Wenn du viele Sachen machen kannst, sie sie nur erinnern? Das ist das? Ich glaube, Herr Morgan würde sagen, das. 20 Jahre lang, Herr Morgan hat einen Ball für mich auf der Tennis Court. 20 Jahre lang, Herr Morgan hat in einem Eis-Cream-Shop gearbeitet. Herr Morgan hat eine Eis-Creme-Shop gearbeitet. Herr Morgan hat Vanilla-Ice-Creme. Herr Morgan hat Püren-Maple-Syrup auf Vanilla-Ice-Creme. Oh. The cheese stretches. It is five days until the time of freedom. What are you talking about? It's time for us to say you got a meal. Good night. See you tomorrow. Ultra weirder shit, man. So, was geht denn hier ab? Trinkst du? Bist du immer noch im Stray Sheep? Warst du in letzter Zeit nicht jeden Abend dort? Ich dachte, du hättest dir den Magen verdorben. Warum trinkst du schon wieder? Bitte gib auf dich Acht. Du lebst mich hin und nicht mehr nur für dich. Ich tue, was mir gefällt. Du musst mir nicht ständig im Nacken sitzen. Tschüss. Oh, shit. Oh, man. Das tut mir ein bisschen weh einfach. So, was geht denn bei den beiden hier hinten? Mm-mm. The food's gotten better here lately, don't you think? All depends on who's in the kitchen. Whatever. I know, I'm a terrible cook. Anyway, I found this great restaurant the other day. The chef's a little odd, but his food is to die for. So, we decided to buy our dishes from there. We just heat it up, and it's good to go. Boss used to do the cooking, but he's got a bad hip these days. Well, I'll keep that in mind next time I eat here. Was ist dort eigentlich mein Ziel, lese ich gerade? Ähm, ich versuche theoretisch sie zu daten. Weil sie ist halt der neue Content und ich möchte gerne sehen, was sie zu bieten hat vom Ending her. Aber sollte das nicht klappen, möchte ich eigentlich ganz gerne die blonde Catherine daten, weil ich weiß, dass ihr Ende einfach mega crazy ist. Und irgendwie hat die blonde Catherine auch wieder ein neues Ende, welches auch mega gut ist. Wo ich sagen würde, das möchte ich dann auch eher haben, als alles, was die grauhaarige Catherine mir bieten kann. Daher möchte ich lieber den coolen Content zeigen, anstatt den Standard Content, den du halt siehst, wenn du nett zu anderen Catherine bist. Und, ähm, wenn du halt nett bist, ist dieses Ausschlage-Meta halt am Ende einfach nur im grauen Bereich und du bekommst einfach so ein super lahmes Ende. Und, ähm, nee, brauche ich nicht. Ich möchte den coolen Stuff haben, nicht den lahmen Stuff. Haha, jaja. Jaja, ich höre über die Wäsche. Sie sagen, sie ist hinter all diesen Dähts. Sie sagen, sie ist hinter all diese Höhungen. Sie sagen, sie kann nicht sterben. Sie sagen, sie können nicht sterben. Sie sagen, sie nicht älger auch. Oh, mein Mann, ich bin stolz. Ja, old age ist zu knacken. Sie sagen, es sei Dank. Sie sagen, es sind halt so ein Arthritis. Sie ist eine Wäsche, irgendwo in dieser Stadt. Ist das nicht so spannend? Warum würde ich das denken? Du bist so schrecklich. Wo ist dein Gefühl der Romanz? Hey, hat es dir immer Angst, nicht zu wissen, wer du bist? Ja, manchmal. Aber ich fühle mich so viel besser, wenn ich meine Musik spiele. Das ist gut. Du kennst, ich habe ein paar Sachen vergessen. Wenn du nicht erinnerst, vielleicht nicht so wichtig. Und vielleicht geht das auch für mich. Right. Ich glaube, die Leute sehr interessieren, ob ihre Liefer sind ein Junge oder eine Frau. Du hast gesagt, dass es dir nicht wichtig ist, richtig? Es ist ziemlich offen. Das Herz weiß kein Verhältnis. Wow, du wirklich macht mich denken über Dinge. Vielleicht ist die einzige, die uns stopt, ist uns selbst. Aha, okay. Sehr liberal, das Ganze. Geht bei dir. Okay. Hier geht auch nichts weiter. Ich glaube, ich habe schon geredet. Ich glaube, ich kann mich noch an die Bar setzen, oder? Oh? 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 Wie möglich. Du hast eine Mail. Oh, evil. A single man like me talking about the secrets of marriage. It's kind of a bad joke, isn't it? Please, just forget what I said. Call? From Catherine? Oh, sorry. But, well, whatever. Excuse me. Oh, du bist neu. Hey? Huh? You're going to bother a cop on his break? This bar is really fancy now, having hired a piano player and all. You want to ask me about that incident? I'm not going to be much help. But it's been around your age who are dying. So be really careful. You don't seem too interested. Yeah, no evidence has come up yet. And I'm on another case. Got you. I'm Morgan. If I find anything out about this incident, I'll tell you. So don't worry about the strange rumors. Well, I don't really care about the rumors. You look tired. Don't get too drunk, okay? You got a mail. Okay, okay. Verstehe. Schmatz. Oh, ich habe ein neues Foto gemacht. Hier. Warte wieder in der Bar auf mich. Vielleicht. Wer weiß. Passieren da noch mehr schöne Dinge. Oh, los geht's. Los geht's. Das müssen wir uns angucken. Wenn das dafür sorgt, dass das Video wieder nicht für Werbetreibende erlaubt ist, dann ist es das wert, ehrlich gesagt. So, warte. In das hier. Bild. Holy shit, Brudi. Oh mein Gott. Wow, was für ein Foto. Genau mein Fall. Ach du Kacke, Mann. Voll nice. Nice. Crazy. Oh, warte. Euch kenne ich doch. Okay, vielleicht habt ihr noch nicht so viel zu sagen. Oh, mysteriös. So könnte sie nur sein. Hm, vielleicht übt sie in meinen Träumen. Oh, ich weiß nicht so. Ich bin sicher, dass es ein guter Grund gibt. Wir sind okay. Wir haben Erika und die Rest von uns hier zu helfen. Ja, ich glaube, dass du richtig bist. Danke. Vincent, bist du okay? Was bedeutet das? Oh, um, nichts. Es ist zu spät. Ich habe nur gefragt, ob du nach Hause bist. Soon. Just a hunch, aber ich glaube, du wirst morgen ziemlich busy sein. Wirklich? Okay, dann, behalte das in minde. Wenn sie heiratet ist, dann bedeutet das wirklich marriage, oder? Und jetzt... Ich glaube, ich bin echt niekretelig. Ich glaube, ich bin pregnant. Ich bin wunderbar. Ich bin, zu einer Familie? Das nicht genau so, wie eine Recepung für Erfolg. Ich weiß, ich bin zu sein. Aber ich weiß, es ist eine Trivia für dich, als du dreistuzigst где hast. There are two ways to classify drinks, short and long. Short drinks have a high percentage of alcohol. They're served in small glasses so they can be consumed while the cocktail is still cold. On the other hand, long drinks are cocktails made to be enjoyed for an extended period of time. They are served in a large glass. Whether you want to take your time and discuss the meaning of life over a drink, or gulp it down and get it over with, the choice is yours. That was the cocktail trivia for tonight. D.O. ready? Yo, Erica, I got an order. Do you want another drink? I'll have some wine. Sake, please. I'll take a beer. Beer. You got it. Here's your drink. Sorry, but we're going to be closing soon. I need you to listen carefully. When a girl tells her lover she's pregnant, her heart is full of anxiety. I know. Catherine has to be worried. You have to call her. I said I know. You've been getting preachy lately. I know this is sudden. I know this is sudden. you have to follow the trivia about wine, now that you've emptied a glass. Did you know that it's best to store wine bottles on their sides for long-term preservation? Maintaining a tight seam between the cork and the wine supposedly prevents oxygen from entering the bottle. Die Verbrauchung ist wichtig, die langfristige Preservation des Wiener Wiener. Sie oft sagen, dass ein Kind gut geblieben ist ein Kind gut geblieben. Und das war die Trivia für heute Abend. Entschuldigung? Was würdest du gerne? Ich probiere Sake. Sake, bitte. Ich nehme eine Bier. Bier. Hold on, just a second. Be careful not to drink too much. Ich schaue, niemand kommt mit irgendwelchen Informationen über Wren. Vielleicht niemand hat das Gefühl, dass sie noch nicht erinnert ist. Ich frage mich, was ihre Geschichte ist. Still trinken? Du hast eine E-Mail. Du hast eine E-Mail. Du hast eine E-Mail. Du hast eine E-Mail. Verında怕 démen. Du brauchst eine E-Mail. Als wenn du euer Handwerken hast. Ich glaube, ich bin Pregnante. Ich, eine Familie zu erzeugen? Das ist nicht genau wie eine Rezepte für Erfolg. Ich weiß, dass das etwas zuzünder ist, aber hier ist ein Trivia über Sake für Sie, als Sie haben, sich zu Ende des Cuts. Sie wissen, dass es verschiedene Worte benutzt, um die Temperaturen der Sake zu beschreiben? Sake, auf 0 Grad Celsius, ist nennen, Mizorazake. Und jeder 5 Grad Celsius über das hat ihre eigene Name, wie Yuki-Hie, Hanahie, und Suzu-Hie. Such eine poetische Weise, um ihre Virtue zu expressieren. Use die Namen mit flair, und empfieh deine Freunde. Und das war das Sake Trivia für heute. Empty already? Und was würde ich? Ja. Ich finde halt diese Cocktail Trivia, die du bekommst, leider echt richtig cool. Weil das halt auch Sachen sind, die irgendwo auch stimmen, glaube ich. Und das ist schon ein bisschen cute gemacht. Das mag ich sehr gerne. Äh. By the way, you think Rin will ever get her memory back? I don't know. There might need to be something to trigger it. Maybe playing that piano will help. Anyway, let me know if anything happens. I got your back. You got a mail. Huh, 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 huh? Huh, huh, huh? Crazy. Ich will auf Antworten. Strange, aber gut. Ja. Lately, going home to an empty house really hurts, you know? Hey, boss. You ever lose your memory drinking? Oh? Did you? Yeah. I have when I was young, especially when I was in my 30s. I started to blank out on amounts I used to be able to handle in my 20s. And then I'd wake up lying next to a complete stranger. Ah, so it has happened. I'm in a complete stranger's house. That hasn't happened to me. I'm at the police station, stark naked, right? No. So, the nakedness of woman is the work of God. To misappropriate the musings of a certain someone. In front of God's work of art, it's only natural that your faculties are... Preoccupied. Well, just don't worry about it. Uh... I guess I won't. I'm gonna head home. Excuse me. Uh... Shit. It's this late already? If I don't go home, I'll make Catherine worry again. Hey. Hey, Vincent. We're all heading home. How about you? I'm sticking around a little more. Need some time to think. Vincent! I'm going home now. Thanks for stopping by. It's almost time. Quit trying to delude yourself and calm. Did I just hear something? Vincent! Over here! Let's have a drink. What? Hmm? 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 Los geht's! Waifu is da! Waifu is da! Don't call me that. That's embarrassing. What do you want to do today? Uh... Actually, I... The perfect toy for a healthy baby. So much fun. Huh. Hey. Uh, hello. Hey, why are you just staring at the TV like that? Oh, um... Hmm? When a baby won't stop crying, you have to gently... A baby? Oh, I get it, Vincent. All right. There, there. It's okay. What's going on? Um, what was that? This is what you wanted, right? You were staring hard at that baby on TV. Oh, no. I was... Now you're my little baby. Don't you worry about a thing. Uh... Something wrong? You're being awfully quiet. Is your tummy grumbling? You want mommy's milk, don't you? Huh? What? Uh... Uh... There's no need to worry. You'll get some real soon. Okay, dann können wir, glaube ich, gehen. Hey, are you going home? I have something to do. Already? Ready? Uh... Well... Bye-bye, Vincent. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.